Weil sie sich auf dem Schnee hochgezogen haben. Dann gehen sie weg. Aber ich habe sofort gesagt, dass es super wird hier. Ich habe hier gesehen. Ich bin super. im Moment bei jeder Zwischenzeit nach vorne verloren und jetzt kommt er zu dieser Schlüsselstelle, wo man Tempo rausnehmen muss, ganz, ganz enge Kurve, da wird das Tempo runtergefahren auf, sag ich mal, 50, 60 kmh vielleicht und dann geht's wieder los. Obendrauf, Mauer, Strom. Erstes Herantesten ist das also an diese Abfahrtsstrecke von St. Moritz, die viele, viele Kuhle